Herzlich Willkommen zum neuen Video von Sascha Ballerich von Remax Immobilien von Merzig. Heute stellt euch dieses Haus in Tarmenrot vor. Dieses schöne Mehrparteienhaus wurde 1964 gebaut, hat ein Kohlstück von 641 Quadratmetern und eine Wohnmischung von 185 Quadratmetern. Zur Zeit ist das Haus in zwei Wohnungen aufgeteilt, könnte man aber auch in drei Wohnungen aufteilen. Besonders zu erwähnen wäre noch der Garten, der talassenförmig angeordnet ist. Da kann man sich jede Terrasse als Stufe auf eigene Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie mehr über diese Immobilie wissen möchten, klicken Sie einfach auf den Link. Dort werden Sie alle Informationen finden, die Sie brauchen. Wenn Sie dann noch Fragen offen sein sollten, mich einfach kontaktieren. Ich beantworte Ihnen gerne alle Fragen. Wenn Sie die Immobilie gerne besichtigen möchten, einfach dann mir Ihre Kontaktdaten zukommen lassen. Ich melde mich bei Ihnen und wir können das Ganze gerne besichtigen. Bis dahin wünsche ich noch eine schöne Woche und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.